Hi, ich bin Alex und ohne dass ich euch jetzt alle kenne, weiß ich, dass wir was gemeinsam haben und zwar nutzen wir Strom. Jeden Tag für die verschiedensten Dinge und bei mir ist auch so, dass ich seit dreieinhalb Jahren ein Elektroauto fahre und auch auf meinem YouTube-Kanal elektrisiert da immer Videos mache und dazu berichte, wie das alles so funktioniert mit der guten Elektromobilität. Jetzt ändert sich für mich aber was diese Woche, denn Uniper hat mir eine Challenge gestellt und zwar eine Woche ohne Strom zu leben. Also ich beschäftige mich mit dem Thema Energiesicherheit diese Woche und bin gespannt, was passiert, habe aber auch so ein bisschen Angst, weil Strom einfach überall ist, Handy, Internet, immer im Auto, ihr wisst ja selber. Und ja, wünscht mir Glück, schauen wir mal, wie die Woche wird. Ich gehe an den Sicherungskasten und das Abenteuer beginnt. Its Vorenk lazier! WW Wir'ing W